Sie nahm seine verletzte Hand, bevor er dagegen protestieren konnte, und öffnete sie. Dann hob sie vorsichtig das Tuch von der Wunde. Der Schnitt verlief mitten über die Handfläche und blutete heftig. Das muss verbunden werden. Ich weiß, knurrte der Mann und deutete auf den schwarzen Kasten, auf dem ein breites weißes Kreuz prangte. Das versuche ich ja gerade. Kara runzelte die Stirn. Warum haben Sie denn nichts gesagt? Ich kann Ihnen doch helfen. Sie griff nach dem Verbandskasten und schob den Mann aus der Küche zurück in den Wohnraum. Setzen Sie sich, ordnete sie an und war fast ein wenig verwundert, dass er sich tatsächlich auf einen der Stühle am Esstisch sinken ließ. Wie ist das passiert? fragte sie, während sie mit sicheren Handgriffen die Wunde säuberte. Ich habe im Schuppen aus Versehen in die Säge gefasst, als ich nach den Überbrückungskabeln gesucht habe. meinte er und sog die Luft ein, als Kara den Schnitt vorsichtig mit Jod betupfte. Tut mir leid, sagte sie zerknirscht, nicht nur wegen der Schmerzen, die sie ihm zufügen musste, sondern auch, weil es ihretwegen passiert war. Das wollte ich nicht. Der Mann sah sie an und zum ersten Mal, seit sie sich begegnet waren, hoben sich seine Mundwinkel zu einem Lächeln. Das war nicht ihre Schuld. Ist mir schon zweimal passiert, seit ich hier bin, aber diesmal habe ich wirklich voll reingegriffen. Dabei weiß ich genau, wo das verdammte Ding hängt. Er zuckte mit den Schultern. Wahrscheinlich sollte ich einen anderen Platz dafür suchen. Ja, ich schätze, das sollten sie. Kara erwiderte sein Lächeln, fasziniert davon, wie sehr sich sein Gesicht dadurch veränderte. Der düstere Ausdruck, der vorhin noch in seinen Augen gelegen hatte, war verschwunden und er wirkte plötzlich ganz anders, viel gelöster und richtig sympathisch. Sie schob sein Hemdsärmel ein Stück nach oben, weil sie den Verband auch um sein Handgelenk wickeln musste und stutzte, als ihre Finger seinen Unterarm berührten. Die Haut fühlte sich rau und uneben an und als sie hinsah, erkannte sie ein großflächiges, rotes Narbengewebe. Es sah genauso aus wie die Stelle an seinem Hals. Erschrocken hob sie den Kopf und begegnete dem Blick des Mannes. Eine alte Wunde, sagte er knapp, bevor sie danach fragen konnte. Ist lange verheilt. Äußerlich vielleicht, dachte Kara, denn sie hatte den Schmerz gesehen, der kurz in seinen Augen aufgeflackert war. Was immer ihm dazugestoßen sein mochte, es machte ihn definitiv noch zu schaffen. Aber die Warnung, die ebenfalls in seinem Blick lag, sagte ihr eindeutig, dass er darüber nicht reden wollte. Deshalb konzentrierte sie sich wieder auf das Anlegen des Verbandes. So, das müsste erst mal halten, meinte sie, nachdem sie das Ende der Gase mit einer Klammer fixiert hatte. Der Mann drehte seine Hand und betrachtete ihr Werk, offenbar erstaunt darüber, wie professionell es aussah. Sind Sie Kranken, Schwester? Nein, aber meine Eltern führen ein Hotel, erklärte Kara und lächelte, als er sie verständnislos ansah. In unserer Küche wird viel mit Messern hantiert. Da kommt es hin und wieder zu kleinen Unfällen. Deshalb kenne ich mich mit dem Verarzten von Schnittwunden ganz gut aus. Dann arbeiten Sie also im Hotel? Nein, ich helfe nur ein bisschen mit, wenn ich zu Hause bin, erklärte Kara. Eigentlich studiere ich Jura in Cork. Jura, der Mann runzelte die Stirn. Das hätte ich nicht erwartet. Kara schmunzelte, weil er so überrascht wirkte. Was dachten Sie denn, was ich mache? Ich weiß nicht. Er zuckte mit den Schultern. Das mit dem Hotel passt irgendwie besser zu Ihnen. Kara spürte einen schmerzhaften Stich, als Isabels Gesicht plötzlich vor ihrem inneren Auge auftauchte. Hastig schob sie das Bild beiseite. Es schockierte sie selbst, wie nah ihr seine Bemerkung gegangen war. Deshalb redete sie drauf los, wie immer, wenn sie nervös war. Die letzten Wochen waren hart, ich hatte viele Prüfungen. Und jetzt, wo ich endlich ein paar Wochen zu Hause den Sommer genießen und mich ganz auf die Hochzeit konzentrieren könnte, streikt auch noch mein Wagen. Sie heiraten? Fragte der Mann. Und Kara wurde klar, dass sie mal wieder viel zu schnell und unzusammenhängend geredet hatte. Nein, nicht ich, sondern mein Bruder. Er leitet unser Hotel mit meinen Eltern. Deshalb werden wir die Hochzeit ganz groß feiern, so wie sich das für den Juniorchef gehört. Ich helfe natürlich bei der Organisation und außerdem werde ich die Hochzeitstorte backen. Der Gedanke daran ließ Kara glücklich lächeln. Ein solches mehrstöckiges Kunstwerk würde eine echte Herausforderung werden, aber eine, der sie schon entgegenfieberte. Sie liebte es zu backen. Und für Patrick und Jessica würde sie sich besonders viel Mühe geben. Er betrachtete sie mit einem Ausdruck in den Augen, den sie nicht deuten konnte. Verbände anlegen, Hochzeitstorten backen. Gibt es auch etwas, das sie nicht können? Autos reparieren, erwiderte Kara mit einem Seufzen. Dabei wäre das vorhin sehr praktisch gewesen. Dann wäre ich nämlich längst zu Hause und sie hätten sich nicht geschnitten. Der Mann lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und schien zu überlegen, ob ihm das lieber gewesen wäre. Sie wären auch längst zu Hause, wenn sie da oben keinen Spaziergang gemacht hätten. Kara konnte ihm ansehen, dass er immer noch darüber nachdachte, was sie wirklich in Glen Garvin gewollt hatte. Aber er hakte nicht nach, als sie nicht auf seine Bemerkung eingingen, und dafür war sie ihm sehr dankbar. Offenbar hatte es auch Vorteile, wenn man es mit einem Waldschrat zu tun bekam, der selbst nicht gerne über sich redete. Ich bin übrigens Kara, sagte sie, weil ihr plötzlich auffiel, dass sie seinen Namen noch gar nicht kannte. Liam, erwiderte er knapp. Dann stand er auf und ging zum Herd hinüber. Haben Sie Hunger, Kara? Ein Lächeln breitete sich auf Caras Gesicht aus. Ich dachte schon, Sie fragen nie. Während sie aßen, schweifte ihr Blick immer wieder zu dem Mann hinüber. Liam, dachte sie, und versuchte hinter den dichten Bart zu blicken, der so viel von seinem Gesicht verdeckte. Er war jünger, als sie anfangs geglaubt hatte, höchstens Anfang dreißig. Und er sah trotz der breiten Narbe auf der linken Seite seines Halses ziemlich gut aus. Nicht, dass es eine Rolle spielt, erinnerte sie sich und spürte, wie ihre Wangen sich röteten, als er ihren Blick auffing. Was machen Sie hier oben eigentlich? fragte sie, um ihre Verlegenheit zu überspielen. Der Blick des Mannes wurde sofort wieder wachsam und das Lächeln verschwand von seinem Gesicht. Ich wohne hier. Ja, ich weiß, erwiderte Kara. Aber was arbeiten Sie? Er schwieg einen langen Moment. Ich bin gerade erst hergezogen, meinte er dann mit einem Schulterzucken. Mal sehen, was sich ergibt. Hier oben im Wald sicher nicht viel, dachte Kara. Dann sind Sie also auch jemand mit vielen Talenten? neckte sie ihn, weil sie hoffte, ihn ein bisschen aus der Reserve zu locken. Aber die Warnung in seinem Blick wurde so eindringlich, dass Kara sich nicht traute, ihm weitere Fragen zu stellen. Für einen Moment jedenfalls. Dann beschloss sie es auf direkte Art zu versuchen. Sie reden nicht gerne über sich, oder? Er sah von seiner Suppe auf, der er sich wieder gewidmet hatte. Sie haben es erfasst. Und wenn ich mehr über sie erfahren möchte? Er antwortete nicht, sah nur zu ihr herüber, und Kara hielt den Atem an, weil sie plötzlich das Gefühl hatte, die Welt würde stehen bleiben. Um sie herum war es mit einem Mal ganz still, und es dauerte einen Moment, bis ihr klar wurde, dass sie sich das nicht einbildete. Das trummelnde Geräusch des Regens war verstummt, und als sie einen Blick aus dem Fenster warf, sah sie, dass die dichten Wolken sich gelichtet hatten. Es hat aufgehört, sagte sie, mehr zu sich selbst als zu dem Mann, der von seinem Stuhl aufgestanden war. Der Himmel schimmerte jetzt wieder blau durch die Baumkronen, so als hätte es den heftigen Regenguss kurz zuvor gar nicht gegeben. Dieser schnelle Wechsel zwischen Sonne und Regen war typisch für das irische Wetter und erinnerte Kara ein bisschen an den Mann neben ihr, der den großen Geländewagen schweigend über den schmalen, holprigen Waldweg lenkte. Der rote Nissan Micra stand noch genau da, wo Kara ihn zurückgelassen hatte. Liam parkte den Jeep so, dass die beiden Autos sich direkt gegenüber standen, öffnete die Motorhauben und verband die Pole der Batterien mit den Klemmen der Überbrückungskabel. Dann drehte er den Zündschlüssel des Jeeps, und als Kara einen Augenblick später erneut versuchte, den Micra zu starten, sprang dieser tatsächlich an. Wir lassen die Motoren einen Moment laufen, damit die Batterie ein bisschen Saft bekommt. Der Rest lädt sich wieder auf, während sie fahren. Kara sah zu ihm hoch. Vielen Dank, ich weiß wirklich nicht, was ich ohne sie gemacht hätte. Ihr Blick fiel auf den Verband an seiner Hand. Der muss regelmäßig gewechselt werden, erinnerte sie ihn, und falls sich die Wunde entzündet, gehen Sie zum Arzt. Er brummte etwas Unverständliches. Das ist wichtig, beharrte sie. Ich komme klar, versicherte er ihr, bevor sie erneut protestieren konnte, und Kara kam sich plötzlich dumm vor. Natürlich kam er klar, schließlich war er ein erwachsener Mann. Dass sie trotzdem das Gefühl hatte, sich um ihn kümmern zu müssen, lag an ihr. Es war einfach da, dieses Bedürfnis. Vielleicht, weil sie im Hotelbetrieb aufgewachsen und von klein auf daran gewöhnt war, sich um die Gäste im Haus zu sorgen. Ein bisschen verlegen senkte sie den Kopf und bemerkte, dass sie immer noch sein Pullover trug. Schnell zog sie ihn aus. Hier, den hätte ich fast vergessen, sagte sie und gab ihm den Pulli. Dabei streifte ihre Hand seine, und als ihre Blicke sich begegneten, schlug Karas Herz plötzlich schneller. Er hat wirklich verdammt blaue Augen, dachte sie. Dann gab er sich sichtlich einen Ruck. Ich denke, das reicht jetzt, verkündete er, und Kara brauchte einen kurzen Moment, bis sie begriff, dass er die Autos meinte und nicht sie. Er begann damit, die Klemmen wieder von den Batterien zu lösen, und Kara sah ihm mit vor der Brust verschränkten Armen dabei zu. Sie fror ein bisschen, weil ihr die Wärme seines Pullovers fehlte. Tja, dann … Sie löste die Arme und hielt ihm die Hand hin. Nochmal vielen Dank. Seine Hand schloss sich fest um ihre, und Kara schluckte unwillkühlig. Wenn ich mich irgendwie erkenntlich zeigen kann, dann … Sie können tatsächlich etwas für mich tun. Er ließ ihre Hand wieder los, und sein Blick wurde eindringlich. Erzählen Sie niemandem von mir. Was? fragte Kara irritiert. Aber wieso denn? Ein mulmiges Gefühl breitete sich in ihrem Magen aus. Haben Sie Ärger mit der Polizei? Der Gedanke, dass er sich hier oben im Wald versteckt hielt, weil er auf der Flucht war oder etwas Illegales getan hatte, war ihr noch überhaupt nicht gekommen. Liam schien die Vorstellung eher belustigend zu finden, denn er verzog den Mund zu etwas, das gerade noch als Lächeln durchging. Nein, in letzter Zeit nicht. Ich habe nur einfach gerne meine Ruhe. Was ich definitiv nicht brauche, sind neugierige Menschen, die mir Fragen stellen. Wenn sie sich also wirklich revanchieren möchten, dann vergessen sie mich am besten. Er klang toternst, und so sah er sie auch an. Okay, wenn es Ihnen so wichtig ist. Ein schönes Leben noch, Kara, meinte er, und kommen Sie heil nach Hause. Sie sah dem Wagen nach, der auf der Straße wendete, und wieder in den kleinen Waldweg einbog, wo er zwischen den Bäumen verschwand. Dann setzte sie sich in ihr Auto, das immer noch im Leerlauf lief. Vergessen Sie mich am besten wieder. Ungläubig schüttelte sie den Kopf über die seltsame Bitte. Aber sie schuldete ihm was, und wenn er es so wollte, dann würde sie seinem Wunsch entsprechen. Im Grunde war es sogar eine gute Idee. Schließlich habe ich in der nächsten Zeit Wichtigeres zu tun, als mir Gedanken über einen Waldschrat zu machen, der lieber allein sein will, dachte sie und legte den Gang ein. Dann setze ich in der nächsten Zeit.